Ach du bist ja die, äh, wer heißt's du? Zoe. Zoe, genau. Zoe 101. So, da mal wieder, wow! Ach, das war so. So, schau mal. Safety room vielleicht mal wieder? Nein, ich glaub da braucht man länger, weil's da in dem Abschnitt plus zwei Level geben soll. Okay, da ist, da ist Sackgasse, ja. Ja, dann müssen wir da lang. Ja, ich schmeiß jetzt einfach mal, hm, na ja, ich schmeiß jetzt einfach mal Pipebomb. Was geht's für dir weiter? Ich schmeiß jetzt eher näher. Loll! Wo bist du? So, ich bin, äh, hinter dem Zaun. Willi ist aber da. Oh mein Gott. Ah, da kommt einer. Ah, ist, ist er da. Nein! Geil. Okay, dann war ich auch mal zu euch. Ihr, irgendwas, ja? Oh, oh. Äh, Buma. Ah, ja. Ist genauso sinnlos wie die Pipebomb. Ah. Da weißt man noch nie zurecht, ob die dann wirklich dort sind, oder... Ah, da muss man auch noch taugeln. Ist so das nötig. Ah, ha, ha. Ah. Ah. Ah, da muss ich wieder so einen Zusammenschnitt machen mit, äh, all die Schreckensmomente. Nein. Ah, ah, ah. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, bist du? Ja. Ah. Oh, der ist nötig. Puh. Oh, wer holt denn da schon wieder? Gehst du das? Ja, irgend so... es ist die witsch okay hat ist Ok. Au. Egal. Oh, die kommt auf ihn. Na doch nicht. Ah, Sackgassi. Ja, wir müssen jetzt der Obi. Willst du wieder Action? Oh, die schmeißt er. Die schmeißt er. Ja, mach was. Oh, bitte nicht aufs Auto, oder? Na, der ist nicht schon weit. Da ist ja gut so viel auf. Hinter uns so viel, dass er nicht rummacht. Jetzt mach mal vorne. Gut. Jetzt kommt's ab. Dann kommen wir nicht weit. Ok. Aber geil animiert, weil da auch viele Charakten sind. Ja, das ist echt top. Das ist schon gut gemacht. So, da müssen wir nicht mal. Ah, f**k. Ist er da hinten neu? Ah, da vorne vorne. So, da ist A safe. Ja. Jo. Ah, sehr schön. Boah, so der Autobahn war geil. Wer ist? So ein Cheap Dörrer. Ja. Jetzt rummacht länger. Ahaha. Echt? Das ist aber fast gar komplett. Wo ist ab der Strasse oder was? Nein, Mann. Wenn du irgendwas mitnehmen möchtest. So, das Rallye. Wow. Ah, das war meine Schuld. Ah, da ist mein Mann. Ist das ein bisschen eine Shotgun? Nice. Das ist voll nur ein Sniper, gell? Ah, ich bin nicht so der Sniper. Aber danke für die Info. Schmerzmittel. Oh, Autoshotgun. Boah. Was ich gerissen oder reißen? Ah, Alter, mir reißt es ständig. Geil. Ich nehme die Pillen. Hier gibt's Waffen. So, wie hat er jetzt die Pillen? Egal. Jeder hat, äh, Medipack und, äh, Schmerzmittel. Hey, hier gibt's Waffen, Leute. Ja, so wie wir wissen's. Ja, jeder hat Waffen schon. Boomer. Was ist das, der Omer? Boomer. Boomer. Ach, jetzt müssen wir da andere aufführen, oder? Nein. Ja, doch, schaut so aus. Oh, oh. Vorunten ergreifen ist immer blöd. Oha, Hunter. Oh. Bist du daunt? Jetzt hat's. Jetzt hat's. Wollen sie sich für den... Ach, machen sie sich für den... Komm, bereit. Wir müssen die Polizei, die wird schon war ganz schön laut. Munition. Wokst du da zu der AMG? Na, erst mal nur ausrotten, da, oder? Oh, fuck, da ist die Bitch. Ja, ihr macht die jetzt kaputt. Ja, schön. Loll. Na, die soll kommen Sie mal zum Beispiel. Jawoll. Ach, die sind richtig Soldaten. Als Zombies. Cool, man. Ah, stimmt, der Affe ist auch ganz nice. Scheiße, da kommen Sie! Wo kommen wir jetzt? Wieso komm ich denn in die Affe? Letzert. Äh, soll ich da mal starten? Das Event? Ja. Wieso gefällt das nicht auch? BAM! 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 Ja. Ja. BAM! Ja, genau. Wir machen viel mal einen Ball. Nein, kann aber nicht so viel dicker. Egal. Waffen wir schon. Oh, geil. Bremse. wissen ob der boomer nur da ist oder also seit der kassen er hat den boomer umbracht oh jetzt kommt es wieder auf ich muss auf, ich muss aufhelfen boah scheiße oh fuck 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 kümmer jetzt kaputt schlimmer als der bei the walking dead aber da sind doch auch die zombies langsamer oder? naja sehr schön jawohl Munition wir müssen jetzt dann gerade erst durch oder? ach so jetzt kannst du mit dem da explodieren aber oh ja manu kommst du da ist eine pipebomb? ja weil ich habe jetzt eine aufgenommen und dann haben wir da noch schmerzmittel da ist der eine krise mal eins und dann nehmen wir das der eine ja stimmt dann nehme ich mal das andere dann doch doch sniper boah er wurde nicht wieder lol hör auf damit ja hör auf damit echt ja ist immer so geil jetzt meinen wir über die Brücke oh ich drossel ja jetzt müsste kurz oder oh ja gleich wieder da ach der bill ist jetzt auch unten gott denn trottel ja ich seh irgendwo hier hinten doch irgendwo hier hinten doch irgendwo hier hinten doch leu hinter dir oh scheiße ja nachladen ja dann haben wir das hinter uns mit der Brücke hoffentlich aber wahrscheinlich ging es schnell schmerzmittel wieder ah nimmt der bill jetzt gerade auf das würde mich mal heilen der louis man ich kann dir vielleicht nur tabletten geben nein ich hab's gerade wieder gefressen also ach ja ja was du wieder die kommen jetzt bestimmt vorhin oder 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 Twitch Oh fuck Ah, schon tot Oh, nur 30 Leben Jetzt hat's, halten wir mal nach Da ist ja nur mal erwischt Schau mal Wird's optimal Zombie Okay Okay, da hinten ist nix mehr Da ist safe Leute, Boomer Irgendwo? Ja Ah, sehr schön Oh, bei hinten, das ist so gemein Der Schmerz hat Okay Oh, da ist's, jawohl, wir haben's geschafft Ah, safety room Perfekt So, Alida Ja Perfekt Oh, wieder vorletzte Schlecht Yes No Das wird den Tegen meist n Schaden Keine Scheiß Der Bild 1700 wird an das gemacht Keine Ahnung Also, geht's weit Sehr schön Ähm Verbandszeug Kann nur jemanden mitnehmen Ja, wissen wir nicht So, vielleicht noch irgendwo was Munition Ich hätte's eigentlich wieder Vielleicht können wir noch aus Die scheißen Ja Okay Pack mal so Aber wir kannst nur mit der Schotte Scheißen Hey Ist ja der Wahnsinn Ja Oh, pipebomb Nice Hat das noch eine Hinter dir? Ja Ich hab's schon Eigentlich nur ohne da Ach Warte, schmeiß jetzt einfach mal ohne Ja Oh, das könnte interessant werden Ich schau mal so Weiß noch gleich noch mal ohne Ja, eine kleine ohne ohne Sehr schön Ist ja vielleicht nur was Ach so Das war jetzt Egal Oh, hinter uns Ja, da schmeißt sich jetzt einfach mal Wo ich nie So Oh ja So Ja 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 Warte, ich dachte, war Dings Bist'n du dann schon wieder? Jetzt gerissen Warte mal, da ist die Sachkasse Boomer Oh, scheiße Oh, weg mit dir Und du kommst auch mal weg Oh, weg mit dir Und du kommst auch mal weg Super Super Okay Da bist du wieder Da ist wieder Sackgasse Können wir da eigentlich zumachen Ja 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 Sehr schön Boomer oder? Ja, so, okay Bist du noch angezogen worden? Ja Da vielleicht was drin Boomer, wieso juckt jetzt mal rechts Ohr? Wird schlecht Das war sie auch nicht Ja, schaust man wie der Pipebomb Ach Der Messer haben wir so viel öfter schmeißen, oder? Ja, ich bin mit sowas immer total sparsam Ja, wieso eigentlich Keine Ahnung Warte mal rein Ich bin mit einem Molli Bam Der ist